40 prozent der deutschen bewegen sich zu wenig habe ich diese woche im radio gehört zweieinhalb stunden bewegung pro woche ist empfohlen ich bin hier in hannover herzlich willkommen ich bin der swobo beim mammut marsch in hannover 55 km heute auf dem programm und damit habe ich meine bewegung soll in diesem jahr dann ja wohl mehr als erfüllt und kann bis zum jahresende auf dem sofa liegen bleiben ich bin auf dem weg zum start mittlerweile 8 uhr 50 mit startgruppe acht ja genau ich bin zu spät thank you for deutsche bahn sage ich nur weichen schaden der intercity hatte ordentlich eine halbe stunde verspätung aber mein wanderbar die walter ist wieder mit dabei der wartet auf mich hätte ich auch keine chance rennt mir immer weg und ich freue mich auf jeden fall hier erste mal mammut marsch hannover vor fünf monaten schon mega marsch hannover das ist ein paar kleine zipperlein paar problemchen ich hoffe heute läuft es besser besser und die kulisse ist natürlich wieder herrlich hier das angucken tippitoppi da mal schnell einstecken da sehe ich auch schon den walter walter freust du dich denn ich freue mich ja ja dass ich endlich mal da bin damit habe ich uns praktisch so eine nachtwander etappe ermöglicht wir kommen ja wahrscheinlich dann im dunkeln wieder an dank der deutschen bahn wir wissen wer schuld ist wir sind nicht schuld weil wir so langsam sind nein nein deutsche bahn hätte auch ein zug erfahren können aber eine stunde eher gewesen egal jetzt erst mal hier fotostopp an mammut ja liebe leute ich habe jetzt hier gerade den show getroffen beziehungsweise er hat mich getroffen er hatte mir schon geschrieben über über youtube glaube das war das video nach dort und er betreut hier mit den streckenposten vp3 heute und ich glaube muss wir eben aus bild hier waren gar nicht mehr schuldigung wir wollen gar nicht das mammut hier verstellen ich bin immer so so nur auf mich bezogen unglaublich aber finde ich toll dass mich angesprochen hast und natürlich eine motivation für mich war das feierabend dass wir vorher da ankommen das ist ja keine oder dvp4 hast du gesagt ja da kann ja schon dunkel sein ja ja das wird ein bisschen dauern ich schätze mal 21 uhr 30 22 uhr nachdem genau richtig aber dann kommen wir noch ins ziel alles klar und dann schauen wir mal ja schön aber ich freue mich ihr seid ja 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 wir sind jetzt noch mal extra motivation hier mit der beobachtung stehen weiter wir müssen einstecken hier zum start alles klar los geht's ja los geht's liebe leute jetzt halbe stunde verspätung 55 kilometer mammut marsch hallover auf geht's das fängt ja richtig idyllisch hier an in hallover heute morgen irgendwie so eine gut die einheimischen werden mich jetzt wieder steinigen so eine seenlandscheibe ich weiß wo hannover gibt's den maschsee das ist aber glaube ich nicht hier da habe ich ja letztes mal schlapp gemacht am maschsee weiß ich aber auch nicht jedenfalls herrlich wenn ich die ganzen leute hier wären jetzt richtig idyllisch da ja 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 Ja, gerade hat man auch die Möglichkeit gehabt, die Strecke sozusagen abzukürzen. Da unten trennt sich der 55er vom 30er Feld. Die starten ja, glaube ich, ab 10 Uhr, halb 10, 10. Haben natürlich die Entscheidung schon im Vorfeld gefahren beim Anmelden. Und das ist auch eine ganze Diskussion, hier abzukürzen. Dann beschummelt man sich ja nur selber. Aber es ist herrlich hier, guck mal. Blick auf Hannover da hinten. Tipi topi. Freunde, mittlerweile gut 5 Kilometer haben wir jetzt hier schon auf der Kilometeruhr. Und der erste VP ist bei Kilometer 14. Aber ich habe auch noch gar keinen Hunger, von daher alle Dude. Und das ist eine wunderbare Idylle hier, der wir unterwegs sind. Einfach nur genießen. Ja, und die ganz eiligen, die hier unterwegs sind zwischendurch, das ist noch eine Parallelveranstaltung im gleichen Terrain hier, im gleichen Gelände. Das ist eine Laufveranstaltung. Da müssen wir mal aufpassen, wir haben auch gelbe Pfeile, dass wir da auch den Richtigen folgen. Wo ich das gerade sehe mit der alten Kontinentalfabrik, da habe ich meine Winterreife für Speedpedilexen von Kontinental aus Hannover. Aber die Einzigen, die zugelassen sind, die müsste ich eigentlich wieder drauf machen, wenn ich jetzt hier gucke. Da sind nämlich knapp 20 Grad gemeldet, die haben 22. Oktober. Da weiß ich nicht, ob ich mir schon die Winterreifen aufs Pedelec basteln sollte. Da warte ich glaube ich noch, ob es wirklich kalt wird. Weil brauchen wir doch deutlich mehr Strom beim Radeln. Ist doch ein bisschen anstrengender für das Rad. Die kleben richtig auf der Straße. Aber für alle, die mich schon länger verfolgen, die wissen ja, ich habe mich mal richtig, richtig aufs Knie gelegt. Jetzt bin ich richtig kaputt und da war das schon angebracht, Winterreife drauf zu machen. Mittlerweile Kilometer 9 und die ganze Zeit hier im Grün unterwegs. Ich glaube, ihr seht es ja auch in den Bildern. Ich habe jetzt die Straßen nicht extra ausgelassen, da waren keine zwischendurch. Das ist wirklich total motivierend und bringt gute Laune, hier heute Morgen zu wandern. Und immer zwischen diesen Kanälchen Flüssen lang. Das ist ja, glaube ich, hier, ich habe gerade extra noch gelesen, schon wieder vergessen. Seiten Hannover, Linde, Kanal, schlammig tot, weiß ich nicht. Ist ja auch egal, Hauptsache schön. Das ist ja, glaube ich. Mittlerweile gleich Kilometer 11, Freunde. Und es gab kein Zehn-Kilometer-Schild, ich stotter schon. Kein Zehn-Kilometer-Schild, Walter, oder haben wir das einfach übersehen? Nee, war noch nicht. Und da wir ja hier beide aufzeichnen, können wir ziemlich genau beurteilen, was wir schon geleistet haben. Es sind knapp elf Kilometer. Und das ist jetzt hier der Stadtteil Hannover-Linden-Limmer, wenn ich das richtig gelesen habe. Und wir gehen jetzt rüber zum Stadtteil, habe ich vergessen, Herrenhausen, glaube ich. Irgendwie so. Ist ja auch egal. Nein, ist nicht egal, wenn ihr von hier kommt. Also wir schätzen das sehr, hier in der schönen Natur in Hannover unterwegs zu sein. Und das erwartet man ja nicht so. Ich bin das zweite Mal jetzt auf einer Marsch-Veranstaltung. Im Mai war ja Megamarsch Hannover. Und ich habe Hannover nie mit so viel Grün und Natur verbunden. Von daher also großes Lob hier auch an den Veranstalter, was die hier vorbereitet haben für uns an Strecke. Und sind jetzt ja schon schramm unterwegs. Kilometer 11, wie gesagt, Richtung VP1, der ist bei Kilometer 14. Ja, liebe Leute, hier, das Kilometer 10 Schild für die 30 Kilometer Strecke. Und wir haben ja so eine andere Schleife noch gelaufen. Das heißt, wir haben kein eigenes 10er Schild, denke ich jetzt mal. Sonst, ich habe fast gesagt, fange ich hier an, hart zu verzweifeln. Ganz so schlimm ist es doch nicht, dann werden Überstunden gemacht heute. Ich habe jedenfalls Kamera, Akkus und Specherkern genommen mit. Daran wird es nicht scheitern, auch wenn es 70 Kilometer Marsch spielt hier heute. Nee, aber wir standen da drauf, 30 Kilometer war das das 10-Kilometer-Schild. Und uns hat man wohl keins gegönnt hier, den Langstreckenwanderern. Tja, so ist das. Merkst du nix. Und nach jetzt knapp 14 Kilometern hier geht es links ab zum VP1. Oder wir könnten einfach geradeaus weiter wandern und uns den sparen, aber bestimmt nicht. Guck mal, wir werden auch angefeuert hier. Schokolade, Schokolade, tippi-toppi. Dem uns entgegenkommen sehen alle ganz glücklich aus und haben Schokoladenbrötchen in der Hand. Ich hoffe, dass ich da trotzdem auch mal wieder mein Mettwürstchen bekomme. In Dortmund gab es ja keine. Das wäre denn doch so Wandervegetarier hier, was ich ja gar nicht will eigentlich. Ja gut, ich könnte natürlich selbst welche mitbringen, aber das ist schon so kostenintensiv, die Startgebühren hier, finde ich. Da müssen meine Erwartungshaltungen auch erfüllt werden, da stehe ich jetzt drauf hier. Also lieber Veranstalter, vor zwei Jahren gab es immer noch hier die kleinen Mettwürstchen. Ich möchte sie wieder haben. So, ich habe mir jetzt ja mein Döschen vollgepackt, aber ich glaube, man muss mal, dass ihre Meinung ist uns wichtig, Formular, man Veranstalter ausfüllen. Das ist ja alles hier fleischlos mittlerweile, aber dafür ist die Banane hier noch im Handdesign von. Guck mal, hier gönnen wir. Dann gönnen wir die Banane tippi-toppi. Und sonst gibt es halt, ja, die saure Gurke, ein paar Süßigkeiten und Salzstern. Mein liebster Reibund. Oh, was ist das denn? Oh, guck mal Leute, der Walter ist so gut zu mir. Hast du extra mitgebracht? Ja. Das ist aber lieb. Dankeschön, Walter. Ja, ne. Tag ist gerettet. Wie kann das Gemüsezeug jetzt ja hier? Das ist ein Aufreicher, aber. Ui. Das war genau verkehrt. Weil da oben ist ja ein bisschen Ding zum Verzießen. Bist du wieder bei Bedingungen, dass ich was überlasse? Okay. Milchbrötchen mit Salamistick, Freunde. Da gibt's Schöneres. Ich hab jetzt ja schon an so einigen Marsch-Veranstaltungen teilgenommen. Ist doch immer wieder überrascht und lernt dazu. Hier hat sich wie eine ganz spezielle Klientel Menschen zusammengefunden, nämlich die Raucher. Da hinten auch noch jemand. Und die haben sogar alle ihren eigenen Reiseaschenbecher dabei. So einen kleinen, ne. Unglaublich, ne. Was man alles so mitschleppen kann. Ich gucke, dass ich möglichst Gewicht minimiere. Und möglichst, je wenige Peppen rumschlöre, aber die haben jeder ihren eigenen Aschenbecher dabei. Ja, das war jetzt ein gutes Stühnchen hier an VP1. Frisch genährt. Trinkflasche nicht aufgefüllt, da war noch genug drin. Aber läuft auch ganz gut. Und dann habe ich immer Schwierigkeiten, wieder loszulaufen. Ganz gut, dann macht das doch bezahlt. Weil es regelmäßig, glaube ich, solche Marschveranstaltungen macht. Dann läuft das Fahrwerk ein bisschen runder, auch nachher Pause. Ja, das 10-Kilometer-Schild wurde uns 55 Kilometer von der Nähe hervorenthalten. Aber das 20-Kilometer-Schild ist hier. Wir machen mal eben jetzt mal ein Foto hier mit der Kamera. Wenn ich nicht im Draht hängen bleibe. Tipi-topi. Was für den Video für die Berufsgenossenschaft? Hallo! Hallo! Guck mal. Und die, die, wie heißt das, Endorphine heißt das Zeug, was freigesetzt wird, weil sich so viel sportlich bewegt, die wirken hier schon. Und dann geht es jetzt weiter Richtung Benterberg, Richtung VP2. Kilometer 22, wir verlassen jetzt hier Bente. Im Hintergrund sieht man die Skyline von Hannover und hier auch richtig hübsch. Wahrscheinlich eine Wilde-Puni, keine Ahnung. Auch wenn das so grün bewachsen ist, macht da richtig was her, ne? Walter sagt schon, schön anzusehen, Hauptsache der Verpflegungsposten 2 ist nicht da oben. Und da gehen wir mal nicht von aus, dass wir da rauf müssen. Der wird gleich irgendwo da hinten sein. Ich glaube, ich sehe schon, ich sehe es blau leuchten am Horizont. Das ist da meistens die Dixi-Klo-Anlage. Und was ich noch sagen wollte, heute ist ja der 22. Oktober und genau vor einem Jahr habe ich ja mein Fußunglück gehabt. Ich hatte mir ja eine Spaltachse in den Fuß geschlagen und dann vier Borgeseen durchtrennt, ganz sauber. Ja, hört sich jetzt dramatisch an, war es ja auch. Und wenn ich jetzt mal gucke, ich habe jetzt schon, weiß ich, dritte, vierte Bambo-Marsch, Mega-Marsch-Veranstaltung inzwischen wieder unternommen und der Fuß macht kein Theater. Tippi-Toppi, also von dieser Stelle aus noch mal recht herzlichen Dank an den netten Unfallchirurgen, der das wieder heile gemacht hat. Also danke, Carsten, falls du das hier sehen solltest, kriegst du gerne nochmal eine große Tafel Messi von mir. So, schauen wir mal, was hier Leckeres gibt. Finde ich, finde ich. Hier sind die Bolzen und Energiebolzen, sehr lecker. Cola gibt es da auch, oder? Ja, hier. Dann lieber Cola. Na klar. Und hier sind sie lauter Riegel, die sind sehr zu empfehlen. Salz, ja, und Schoko sieht auch gut aus. Voll lecker. Und welche schmecken besser, die oder die? Also muss ich ausprobieren. Und da vorne gibt's Nutellabrot, sehe ich gerade, da muss ich erstmal hier mein Käsebrot abholen. Darf ich ein Käsebrot so auf die Hand? Soll ich den? Ja, gerne. Ich will da nicht reinpacken mit der Hygiene. Dankeschön. Ja, wieder so ein VP, wo man sich auch wirklich festsetzen kann, ne, kann doch jetzt hier sitzen bis dunkel, wäre ja auch kein Problem mit, nicht netto unterhalten und gibt ja auch ein bisschen Abwechslung. Da oben ist ja auch irgendwie so ein Restaurant, wo es auch Eis gibt oder Kuchen zum Kaufen gibt. Und was mich so ein bisschen stört, in Anführungsstrichen, ich habe es ja den Vergleich, auch Megamarsch Hannover. Bei Megamarsch war ganz klar, was es bei den einzelnen Verpflichtungsposten gibt. Hier ist es mal so ein bisschen Überraschungspaket. Ist zwar toll, dass es jetzt hier Kaffee gibt. Bei den letzten fünf Mal Mutmärchen, wo ich glaube ich war, gab es keinen Kaffee, da habe ich meine Tasse gar nicht mehr dabei. Ich trinke auch mal gern Kaffee. Ja. Da gucke ich jetzt wieder in die Röhre. So ist das. Ne, ist okay. Dankeschön. Nee, aber er muss sich halt konsequent eine Kaffee über eine Tasse mitnehmen. Oder das ist halt immer so hier die Überraschung mittlerweile. Man weiß nie, was einen da so erwartet. Vor zwei Wochen hatten wir Waffeln. Walter hat auch schon gesagt hier so, oh freut sich schon hier. Lecker Waffel, was süßes Essen zwischendurch. Hier gibt es auch keine Waffeln. Soll jetzt also nicht böse gemeint sein. Aber ich finde das schon ganz nett, halt beim Megamarsch, beim anderen Veranstalter, dass man ganz genau weiß, vorher schon, was es bei welchem WP zu essen gibt. Essen ist halt was Wichtiges in meinem Leben, wisst ihr ja. Weiter geht's. Haben wir bald schon Halbzeit, ne? Ja. Also fast. Neun Kilometer jetzt bis zum VP3. Und guck mal hier, wie am Jakobsweg, so eine Steinskulptur hier. Schon fast so ein Opferaltar hier, ne? So ein herbstlicher. Er hatte Dankfest mit den Äpfeln hier. War jemand kreativ auf jeden Fall. Kilometer 27,5. Herzlich willkommen in Hannover, Linden, Limmer. So ein kleines Déjà-vu habe ich, glaube ich, bei Kilometer 10 auch schon mal gesagt. Wir laufen jetzt wieder zurück Richtung Hannover Mitte. Aber jetzt ist hier Streckenhalbzeit. Wir haben es jetzt 14.30, also genau sechs Stunden unterwegs mit zwei Pausen zwischendurch. Das Tippitoppi, das ist ein 5 kmh Schnitt. Praktisch inklusive Pausen, das heißt reine Laufgeschwindigkeit 5,7. Ist ja kein Wettbewerb, wir legen jetzt nicht so einen Wert unbedingt auf die Zeiten. Andererseits hängen bei uns ja auch noch irgendwelche Bahnverbindungen da mit dran heute Abend. So ein bisschen müssen wir ja schon auf die Uhr gucken. Aber läuft ganz gut jetzt hier, wie gesagt, fast Halbzeit. Und eine wirklich wunderbare Gegend. Jetzt gerade hier zur Kleingartenkolonie unterwegs. Und jetzt zurück Richtung Hannover Mitte. Der Himmel hat sich ein bisschen zugezogen. Und ich bin ja eigentlich immer der, der sagt, besser haben als brauchen. Habe ja immer ein Regenschirm dabei. Heute natürlich nicht, ne? Du hast noch mal letzte Wanderung, Walter? Haben wir noch hier Peter im Regen sitzen lassen? Ja, genau. Man muss ja Entscheidungen treffen. Wie gesagt, wir müssen den Schirm ja teilen, ne? Und wandertechnisch steht der Walter mir halt näher als der Peter. Und so ist das. Aber heute habe ich keinen Schirm dabei, der Walter auch nicht. Ja, man muss das halt trocken bleiben. Nützt ja nichts. Ja, hier bei Kilometer 29 mittlerweile wieder Stadtgebiet Hannover. Nicht mehr so ganz so grün wie am Anfang. Aber ist ja klar, ne? Ist halt ja. Mammu-Marsch-Hannover geht natürlich auch irgendwo durch die Stadt. Und wir laufen jetzt Richtung Zielgebiet. 30er kommen ja gleich dann auch irgendwo hier ins Ziel. Und wir müssen gucken, dass wir die Abzweigung nicht verpassen. Nicht, dass wir gleich schon angekommen sind. Wir dürfen ja noch 25. Irgendwo müssen wir hier abbiegen. Mal ein bisschen aufmerksam sein. Was so ein bisschen Farbe alles hermachen kann. Ja. Liebe Leute, da ist, da ist der, der Wandertrek sozusagen. Und das 30er Schild. Und richtig versteckt hier. So. Fotos nacheinander. Warte, warte. Also Fotostopp. Und direkt hier nach Kilometer 30 jetzt die Streckentrennung. Für die 30 Kilometer und die 55. hier geht es lang ich dachte immer schon, dass der Walter und ich hier auf, mit unseren Rucksäcken und auch mit seinem Mammut Tattoo, aber die beiden haben es ja auch richtig, richtig was schon hinter sich, wenn man die Finisher-Bänder schon nach Farben sortiert, tippitoppi, da träumen wir von Walter, dass unser Ruckusack auch mal irgendwann so aussieht. Meinst du, das ist zu schwer für uns? Wir sind alle bei Uber gekauft. Nein, das glaube ich nicht. Ja Freunde, mittlerweile Kilo wieder 32 jetzt hier, wir haben 6 Stunden 45 auf der urinklusive Pause und hier ist jetzt VP3, so inzwischen VP, wenn wir es richtig gelesen haben, so ein kleiner halt, keine großen Sitzgelegenheiten jetzt hier, aber ein paar Kleinigkeiten zum Sitzgelegen gibt es ja auch, muss man eben schon mal Blick riskieren, ja wie gesagt, jetzt so ein kleiner Zwischen-VP hier, gibt es lecker weiße Mäuse und es gibt auch portionsweise Nudeln, also Kohlehydrate, wer jetzt noch welche braucht, ich habe die Erfahrung, wie gesagt, am Anfang schon mal mehrfach erwähnt, glaube ich in Hannover ja schon gemacht mit Unterzuckern, von daher kann ja schnell passieren, Kohlehydrate in Hamburg zu haben, ist gar nicht so verkehrt, ein paar Nudeln, bei mir wird es immer kritisch ab Kilometer 40, aber da sind wir ja noch nicht, da sind wir gerade Kilometer 30, und ich erst mal ein paar äußer Mäuse. Am VP1 gab es ja noch dann die Bananen mit den Motivationssprüchen, ich habe auch noch mal eine Gönn dir Banane, schon ein bisschen gelitten unterwegs, ist jetzt die letzten 20 Kilometer ein bisschen nachgereift, ist jetzt auffällig. So, liebe Leute, Wasserblase im Rucksack wieder aufgefüllt, die Srobo-Blase leer gemacht, hoffentlich keine Blasen an den Füßen, und ein kleines Steuerkind gab es auch, ne, die beiden haben sich hier auch wieder Regenkluft angezogen, ich bin ja unverbesserlich optimistisch von daher, Sonne kommt gleich wieder raus, Regenschieben habe ich nicht dabei, ich vertraue ja immer auf die Wettervorhersage, die immer nur ich habe, ich glaube, bei mir steht immer Sonne, bei Walter steht immer ich, weiß auch nicht, ist mir auch egal, und wir laufen jetzt hier entlang am Maschsee, auch die letzten knapp 24 Kilometer dürfen das noch sein, das wird wohl, ne, also meine Kamera ist nicht kaputt, wenn man meint, das Bild wackelt so, wir laufen nicht mehr ganz rund, nach VP3 ist das so, also wir müssen den Gang kommen hier, ne. Mittlerweile 16 Uhr, 7,5 Stunden sind wir jetzt hier unterwegs insgesamt, und jetzt die ganze Zeit hier am Maschsee, doch auch viele Leute unterwegs hier, klar, großen Teil, größtenteils scheint ja auch die Sonne, ne, sonst was nametags, ne, Samstag, ne, guck mal hier bin ich schon ganz durcheinander, Samstag ist das auch eine tolle Idee, ne, hier spazieren zu gehen, darum jetzt in der Gegend ein paar weniger Aufnahmen und, ja, da noch ein paar Blick hier, auf was auch immer, Insel Beach Club hier, Insel Beach Club, interessant. Guck mal, das sieht doch aus, wie man sich sonst den Märchen so einen Rapunzel-Turm vorstellt, oder? Ich jedenfalls. Kilometer 27 beginnt gerade die neunte Stunde hier, und da vorne am Ende hier von dem kleinen Waldstück noch so ein paar Motivatoren stationiert. und noch mal richtig gepusht hier, die letzten 18 Kilometer. Ich bin nicht da hierher gekommen, doch! Los, gute Laune Leute! Yo! Und wie! Wir sind schon einige Meter, ich glaube schon ein paar Kilometer in diesem Waldstück unterwegs und ist auch gerade so bei knapp Kilometer 40 und man ist jetzt schon so eine neunten Stunde unterwegs doch eine Herausforderung, so ein bisschen konzentrieren hier wenn ich mir dann vorstelle, es wird auch noch dunkel und es wird sicher dunkel werden heute noch bevor wir ins Ziel kommen bin ich mal gespannt, wie die Streckenführung da zum Schluss ist dass sowas hier ist dann gerade, wo es ein bisschen nass ist, doch nicht ganz ohne 17.15 Uhr so langsam ist es auch schon an zu dämmern, hier sind wir noch in diesem Wald unterwegs und jetzt mittlerweile gleich bei Kilometer 40, da kommt noch schon das Schild müssen wir eben warten, bis wir dran sind hier zum Fotostopp Liebe Leute, wir kommen jetzt hier gleich an VP4, das ist ein Kilometer 43, danach noch 12 bis zum Ziel und ich bin gerade so ein bisschen hier am rumzippern, am rumjammern ich habe nämlich ein Problem, was ich sonst noch nicht hatte, ich habe Hüftschmerzen, also muskulär definitiv und da tut es schon ganz schön weh muss ich mal gucken, was ich in dem Laufstil kann sich in kurz angewöhnen, wo das mit geht dass ich hier vorankomme vor allem die Grünphase hier, schon verpasst wird langsam dunkel, ich denke mal diese Aufnahme ist auch schon ziemlich verpixelt und ich werde dann gleich mal mein neues Licht ausprobieren ich habe mir ja so ein LED-Licht für die Außenkamera für die GoPro hier besorgt und ich wusste, dass ich im dunklen Maschinen werde, ich bin ganz gespannt, wie es damit wird ja Freunde, jetzt hier bei Kilometer 44 VP4, das ist ja mal eine interessante erkenntlichmachung hier, dass man im dunklen auch gesehen wird, wenn man verloren geht da hätte ich auch so eine Idee, hätte ich auch mal kommen können, dass ich mich auch finde, wenn ich verloren gegangen bin und ich bin dann einfach nur lost so ist das dann, ne? So, hier schauen wir mal so Freunde, jetzt gibt's lecker hier weiß ich nicht, Süppchen mit was drin und die Lampe scheint ja wohl hell genug zu sein da hab ich schon genug, oh, ah ich mach mal schnell wieder aus, bevor ich mich hier umbildlich mache heute machen wir mal start, hab ich ja schon den Joe vorgestellt der hat er mich ja angesprochen und hier ist er auch beim VP4, ja super wie versprochen gibt's hier, was mineralisch ist ich hab ja schon die Suppe gerade gehabt hier und den Kaffee tippitoppi den Kaffee auch, okay und wie viele Leute sind dabei jetzt hier bei den 55er? ähm, 1300 ungefähr 1300, guck mal, siehst du wohl die haben mich nicht überholt, von daher erschein ich nicht der letzte zu sein nein, auf keinen Fall, ihr seid absolut super im Mittelfeld und gut dabei ja, wir haben die VPs so sehr ausgekostet haben wir festgestellt, wir sind eigentlich ganz plott unterwegs in diesem 5,8,5,9er Schnitt aber dann immer eine Dreiviertelstunde gesessen da dreht sich dann ja irgendwann ja so ist das, ne? ist das halt, ja und so ein bisschen Zipperlein dabei aber nächste, nächste und du wanderst jetzt auch wieder mit? ja und was ist der nächste, den du machst? wahrscheinlich nächstes Jahr erst also dann aber hier dann ja also nicht andere noch wir machen das nächste Jahr Hamburg, den wir machen im Februar genau Hamburg 42 Kilometer, machst du auch 42? ja 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 da siehst du wohl können wir mal gucken vielleicht gehen wir eine gleiche Startgruppe können wir mal schreiben zwischendurch das ja richtig schön machen wir alles klar ja wunderbar dann auch noch im angenehmen Dienst hier wie man das nennt, ne? alles klar danke schön wir hauen rein wir müssen jetzt ja Endspurt hier und mal gucken was das neue Licht hier bringt alles klar ciao weiter geht's so für mich jetzt ja Premiere hier mit der, mit der Videoleuchte und stell' gerade fest ist es vielleicht gar nicht so vernünftig durch den Wald zu laufen sich selbst ins Gesicht zu leuchten und dann nicht mehr sehen wo man hintritt tja, merkst du nix, ne? gucken wir mal ich drehe die Kamera mal um kommen wir ein bisschen nach vorne gucken da hat auch ein bisschen an zu regnen was willst du mehr, ne? bisschen Wasserkühlung so langsam müssen wir auch in die Nähe der 50 Kilometer Marke kommen und bei mir läuft nix mehr rund hier Wald hat auch schon seine Wehwehchen Kathi sagt auch, sie weiß, wie Beine sich anfühlen nach 50 Kilometer aber so ist das gehört ja auch dazu, ne? das wäre ja auch was, wenn man da nix von erinnern würde nachher, ne? das macht's ja aus aber ich merke ja für mich jetzt schon doch dass Hannover irgendwie im Mai jetzt ja auch schon so mein persönlicher Entgegner in Anführungsstrichen ist äh, die Stadt macht's mir nicht gleich beziehungsweise ich mir selber erst mit der Hüft gerumpelt hier weiß ich nicht, da muss ich doch mal doch mal vorher mich warm machen oder so, ne? keine Ahnung aber wie gesagt gleich 50 Kilometer Augen offen lassen und ein bisschen warten ganz klare Anweisungen hier von der Streckenfotografin ja sitzen tippitoppi selten hat ein aufgeblasenes Mammut von mir so viel Aufmerksamkeit bekommen wir jetzt gerade die letzten 100 Meter hier Spurt meinen Arme wie 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 wenn Musik Wahrscheinlich kann man mich jetzt nicht gut sehen, aber wo ich mich schon lange drauf gefreut habe, die letzten 50 Stunden sozusagen hier, Pelsbier, ein richtig schön leckeres Bier, eine Bierstation. Dankeschön, das habe ich mir jetzt aus Vernunftsgründen umentschieden hier aufs Radler, aber ein echtes. Auf die Plätze, fertig, los. Prost. Ja, super. Die Siegert Zigarette. Ja, liebe Leute, das waren jetzt 55 Kilometer Mammutmarsch hier in Hannover. Hinter mir das Mammut, wunderbar hier am Tramplatz, am Rathaus. Das Ganze gestarrt und auch das Ziel. Ich genieße jetzt hier mit den beiden noch das Radler. Ich freue mich, dass ich dann doch angekommen bin. Hat es zwischendurch ein bisschen Zweifel mit den Hüftschmerzen. Das ist schon nicht ganz ohne, wenn man dann noch 15 Kilometer vor sich hat. Aber das ist ja eine Kopfsache. Muss man dann durch. Und der Kopf hat sich jetzt durchgesetzt. Und nächstes Mal bin ich besser vorbereitet. Dann wird warm gemacht. Ich habe ja schließlich mal vor, irgendwann mal 100 zu schaffen. Konditionell bin ich jetzt noch gut drauf. Wunderbar. Auch nicht unter Zucker, so wie im Mai hier im Megamarsch. Alles gut. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben da. Wer noch nicht hat, gerne den Kanal abonnieren. Ich sage jedenfalls Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Euer Spruch. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.